In Johannes Kapitel 11 lesen wir von der bekannten Auferweckung des Lazarus. Johannes beginnt den Bericht über diese Totenauferweckung mit den schlichten Worten Es war aber einer krank. Er schreibt nicht, Lazarus, ein wunderbarer Mann und Freund Jesu, war krank. Nein, er sagt, es war aber einer krank, Lazarus. Diese Formulierung macht deutlich, dass in diesem Bericht nicht Lazarus im Mittelpunkt steht. Ihm werden keine Ehrenkränze umgehängt, sondern sein Name ist austauschbar. Warum? Der Bericht ist zuallererst ein Zeichen und Beweis dafür, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist, insbesondere, dass Christus die Auferstehung und das Leben ist. In Vers 25 sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt doch, dass das Wunder der Auferweckung des Lazarus zeigen soll, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dies ist das Anliegen des gesamten Evangeliums. Johannes erklärt uns im 20. Kapitel in Vers 31, was das Ziel seines gesamten Evangeliums ist. Diese Wunder sind aber geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Im Johannes-Evangelium finden wir sieben Wunder Jesu aufgeschrieben. Alle sieben Wunder münden in ein Ich-bin-Wort von Jesus ein. Wir denken an die Brotvermehrung, die Speisung der 5000. Sie war eine Illustration dafür, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Die Heilung des Blinden war ein Hinweis darauf, dass Jesus das Licht der Welt ist. Und das Wunder der Auferweckung des Lazarus soll ein Zeichen dafür sein, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Im Johannes-Evangelium ist das Wunder immer ein Zeichen. Jedes Wunder wird als Zeichen gesehen, und ein Zeichen soll auf eine größere Ebene hinweisen. Durch jedes Wunder sollen wir auf Jesus hingewiesen werden. Jesus ist das Brot des Lebens. Er ist das Licht der Welt. Er ist das Leben und die Auferstehung. Also, nicht Lazarus soll in dieser Geschichte im Zentrum stehen, sondern Jesus Christus, er, der der Sohn Gottes ist und der auch die Kraft und die Vollmacht besitzt, Tote aufzuerwecken. Lazarus war krank, und zwar schwer krank. Er war so krank, dass seine Schwestern in großer Sorge waren. Sie spürten, dass es sich bei diesem Leiden um eine ernsthafte Bedrohung für sein Leben handelte. Daher sandten sie jemanden zu Jesus, um ihn über den Zustand des Lazarus zu informieren. Sie ließen ihm sagen, in Vers 3, Herr, siehe der, den du lieb hast, ist krank. Dies ist eine bemerkenswerte Formulierung. Sie sagte nicht, Herr, Lazarus ist krank, sondern sie betonten, dass der, den Jesus lieb hatte, krank war. Tatsächlich hatte Jesus Lazarus lieb. Vers 5 hebt die besondere Liebe, die er zu Lazarus und zu seinen beiden Schwestern hatte, hervor. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Doch wurde diese Familie von einer schweren Krankheit heimgesucht. In den Versen 35 und 36 wird noch einmal deutlich, wie sehr Jesus Lazarus lieb hatte. Als er an das Grab kam, lesen wir, Jesus weinte. Da sagten die Juden, Seht, wie hatte er ihn so lieb. Jesus hatte Lazarus von Herzen lieb. Aber nun war Lazarus krank. Wie kann das sein? Von Jesus geliebt und dennoch krank? Aus der Seelsorge und aus einigen Gesprächen habe ich schon oft herausgehört, dass einige Christen heute ähnlich denken. Ich denke da an unsere Schwester Parin in unserer Nachbargemeinde hier in Bangkok. Sie war im Januar noch auf unserer Prediger- und Mitarbeiterkonferenz auf der Gemeindefarm. Ihr Sohn, der auch Pastor ist, hatte am 1. Januar geheiratet. Wir waren alle so glücklich mit dem jungen Paar und mit der Mutter. Sie war immer eine starke Frau. Überall war sie dabei. Sie ist eine Säule im Gemeindewerk. Aber dann im Februar bekam sie einen Schlaganfall. Die Kinder konnten rechtzeitig reagieren. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Schon bald war sie zum ersten Mal wieder in der Gemeinde. sehr schwach. Die Kinder mussten sie führen. Sie konnte nur langsam sprechen und ihren rechten Arm leicht anheben. Sie war richtig schwach geworden. Wir haben für sie gebetet und sie mit Öl gesalbt. Ein junger Leiter aus der Gemeinde erzählte mir dann, dass sie sich viele Fragen mache, die sie quälen. Warum passiert mir dies? Ich habe doch so viel getan für das Reich Gottes. Ich habe doch alles gegeben und jetzt schickt Gott mir so eine Krankheit? Kennen wir diese Gedanken nicht auch? Eine typische Reaktion. Ich bin doch immer regelmäßig in den Gottesdienst gegangen, habe den Zehnten gegeben und jetzt gibt Gott mir dafür diese Krankheit? Ich bin doch von Jesus geliebt und jetzt muss ich leiden? Wie helfen wir diesen Menschen, die so denken? Wie sieht grundsätzlich unser Verständnis von Krankheit aus? Krankheit ist zunächst einmal ein Ausdruck der gefallenen Schöpfung. Diese Schöpfung und wir, Geschöpfe, sind nicht mehr wirklich heil. Wir sind alle durch die Sünde von dem paradiesischen perfekten Zustand abgefallen. Wir leben seit dem Sündenfall alle jenseits des Paradieses. Wir werden älter, unser Körper zerfällt, ob wir das für wahrhaben wollen oder nicht. Aber wir können von dieser Tatsache nicht weglaufen. Wir werden schwächer, es gibt Bakterien und Viren, wir sind anfällig für Krankheiten. Unser Körper ist eine Hütte, ein Zelt, so sagt es uns Paulus im zweiten Korintherbrief. Ein Zelt mit Einsturzgefahr. Wir sind noch nicht im Himmel. Auch wenn wir Kinder Gottes sind und an Jesus glauben, wir stehen auch unter dieser gefallenen Schöpfung und wir sind ein Teil von ihr. Darum sehnen wir uns ja auch so sehr nach der Vollendung am Ende der Zeit. Auf dieser Erde sind wir Menschen und bleiben Menschen. Die rettende Liebe Jesu ist die Garantie für den Himmel, aber keine Zusage für ein sorgenfreies und schmerzloses Leben auf dieser Erde. Paulus fasst dies in Römer Kapitel 8 so zusammen. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufst und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. So die Verse 18, 22 und 23 in Römer Kapitel 8. Auch wir seufzen. Auch wir sind bedrückt. Auch wir merken die ganze Gefallenheit dieser Schöpfung. Und wir erleben es an uns selbst durch die Schwachheiten, durch die Zerbrechlichkeit unseres Leibes, durch die Krankheiten. Auch Kinder Gottes werden krank. Krankheit ist kein Kennzeichen von Glaubensschwäche oder sogar von Gottes Strafgericht. Wir alle wissen doch, dass Gott uns gerade auch durch Krankheit näher zu sich ziehen will. Der große Missionar und Apostel Paulus war krank und sprach von einem Stachel in seinem Fleisch. Was jetzt konkret sein Stachel im Fleisch war, wissen wir nicht. Wir wissen, dass er ein Augenleiden hatte, das er in seinem Leben nie losbekam. Und er betete auch dreimal um Befreiung und Heilung. Und Gott sagte ihm nur, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Gnade reicht aus. Hier erkennen wir wieder unsere ganze Abhängigkeit von Gott. Wir dürfen aber wissen, dass wir in Gottes Gnade aufbewahrt sind. Wir können nie tiefer fallen, als in Gottes Gnade hinein. Gottes Gnade trägt uns. Gottes Gnade schützt uns. Gottes Gnade umgibt uns. Gerade auch in den Krankheitsnöten. Wenn du als Christ krank wirst, wird oft unser stilles und frommes Leistungsdenken durchkreuzt und erschüttert. Wir müssen zugeben, dass manche Christen ein Vertragsdenken gegenüber Gott haben nach dem Muster Herr, ich diene dir, ich setze mich ein für dein Werk, ich opfere, bin aktiv in der Gemeinde, gebe alles, was ich kann und du musst mich dafür segnen. Du musst mich dafür gesund erhalten und mir helfen, ziemlich glatt und problemlos durch das Leben zu kommen. Aber gerade so ein Vertragsdenken ist unbiblisch. Welche Rechte fordern wir da vor Gott überhaupt ein? Steht uns dies überhaupt zu? Wirken wir für Gott, damit es uns gut gehen soll? Alles ist doch Gnade und Geschenk. Auch meine Gesundheit. Und vielleicht erkennen wir später sogar, dass selbst eine Krankheit, ja ein Leiden, Gnadenzeit war. Andere werden in Krankheitszeiten bitter und hadern mit Gott. Aber Gott hat uns Gnade geschenkt. Wir durften durch eine Krankheit wachsen, reifer werden, uns mehr von den Dingen der Zeit entwöhnen und über die Ewigkeit nachdenken. Ein Freund von mir in Süddeutschland hatte in der Anfangszeit der Corona-Pandemie Covid-19 und musste ziemlich damit kämpfen. Als er dann wieder gesund war, schrieb er mir kurz, in so einer Situation erkennt man seine ganze Zerbrechlichkeit, die ganze Schwachheit des Lebens. Man wirft sich nur auf Gott. Mein Freund ist gesund geworden, andere nicht. Und er ist um eine Erfahrung mit Gott reicher geworden. Krankheiten haben ihren Sinn auf Gottes Kalender und Plan für unser Leben. Darum sollten wir uns nichts vorwerfen in Krankheitsnöten. Warum muss ich leiden, wenn Jesus mich liebt? Das kann auch der Feind benutzen und uns unsicher machen. Umso mehr sollten wir dann mit den Worten aus Römer 8 sprechen, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Auch meine Krankheit ist kein Strafgericht Gottes. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die Geschichte von Lazarus zeigt uns auch, was wir tun dürfen in unserer Not. Es ist beeindruckend zu lesen, was Martha und Maria taten. Sie wandten sich an ihren Meister. Sie ließen ihm eine kurze, schlichte Nachricht überbringen. Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Diese Worte waren eine sehr feine, demütige Botschaft an Jesus. Die Schwestern stellten keine medizinische Diagnose. Sie sagten nicht, Herr, Lazarus leidet unter diesem oder jenem. Sie bauten keine Dramatik auf und übertrieben nicht. Sie forderten auch nicht, Herr, du musst jetzt unbedingt eingreifen. Nein, sie sagen nur, siehe, den du lieb hast, ist krank. Sie machen keine Vorschriften und Vorschläge. Sie nannten noch nicht einmal den Namen von Lazarus, da sie wussten, Jesus weiß genau Bescheid. In dieser Mitteilung spüren wir den Geist der Unterordnung und Demut. Wie sprechen wir mit Gott? Liefern wir ihm mit unserer Bitte gleich die Lösung mit? Herr, du musst nur dieses oder jenes tun, dann ist mir schon geholfen. So sprachen die Schwestern nicht. Sie unterstellten sich der Autorität von Jesus und vertrauten ihm, dass er es wohl machen würde. Psalm 37, Vers 5 Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Es ist ein Beweis des Vertrauens, wenn wir Jesus unser Leid mitteilen, ihm zugleich aber auch einräumen, so zu handeln, wie er es für richtig hält. Dann fällt noch etwas auf. Sie sagten, Herr, den du liebst, ist krank. Sie betonten nicht, wie sehr Lazarus Jesus lieb hatte. Sie sagten nicht, Jesus, der, der dich lieb hat, ist krank. Sie versuchten nicht, sich bei ihm lieb Kind zu machen, sondern sie sprachen von dem, den Jesus lieb hatte. Was für ein Unterschied! Es stünde doch wirklich nicht gut um uns, wenn Jesus in unserem Leben auf der Grundlage unserer Liebe zu ihm aktiv werden würde. Unsere Liebe zu ihm ist oft so schwach. Manchmal einem glühenden Docht gleich. Manchmal stark. Oft auch unbeständig. Wie oft bin ich abgelenkt. Wie oft sind wir irdisch gesinnt. Wie oft bin ich geneigt, meinen geistlichen Puls zu messen. Und dann komme ich wieder in dieses falsche Leistungsdenken hinein. Es geht nicht darum, wie viel Liebe du zu Jesus hast. Natürlich ist es herrlich, wenn du von ganzem Herzen singen kannst, Jesus, ich lieb dich, ich weiß, du bist mein. Aber wir sollten vielmehr auch die Liebe sehen, die Jesus zu dir und zu mir hat. Herr, den du lieb hast, ist krank. Jesus wird in deinem Leben nicht aktiv aufgrund deiner Liebe zu ihm, sondern aufgrund seiner Liebe zu dir. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 19 sagt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das gilt auch gerade in der Krankheitsnot. Wenn wir wieder von uns ausdenken, dann kommen wir in diese Werksgerechtigkeit hinein, die so belastend sein kann. Nein, wenn ich auch aus Liebe zu Jesus versuche, ihn festzuhalten und ich weiß, meine Hand ist schwach, dann will ich vielmehr daran denken, Herr, ja, ich liebe dich, aber deine Liebe ist doch viel stärker, viel mächtiger, viel beständiger. Wenn ich ihn auch festhalte an seiner Hand, so weiß ich, dass er mich mit seiner starken Hand festhält an meinem Kragen, ja, er hält mich fest. Seine Liebe zu mir ist stärker als meine schwache, fackelnde Liebesflamme zu ihm. Herr, ich lieb dich. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, sagte Petrus. Und manchmal ist es so, als ob wir Jesus aus Liebe eine kleine Gänseblume schenken wollen. Aber gerade in der Krankheitsnot, da sollten wir nicht schauen, wie viel Liebe wir zu Jesus haben. In der Krankheitsnot sollten wir darauf konzentriert sein, wie stark seine Liebe zu uns ist. Seine Liebe trägt mich hindurch. Auf seine Liebe ist Verlass. Die Bibel sagt uns sogar, dass er uns liebt mit einer ewigen Liebe. Er lässt uns nicht mehr los. Jesus sagt, alle, die bei mir sind, sind behütet und beschützt. Niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Wir sind in Jesu Händen sicher. Vielleicht, mein lieber Hörer, befindest du dich auch gerade in einer sehr schmerzlichen Not. Ich möchte es dir sagen. Jesus liebt dich. Lass dich einfach fallen in seine Liebe. Erfreu dich an die Liebe Jesu, die er zu dir hat. Preise Gott für seine Liebe, die er zu dir hat. Ja, du liebst Jesus auch. Aber du darfst wissen, seine Liebe zu dir ist viel stärker. Er liebt dich mit einer ewigen Liebe. Auch wenn du vieles nicht verstehen kannst, vieles nicht einordnen kannst, du bist geliebt. Maria und Martha sagen, Herr, den du so sehr lieb hast, ist krank. Es geht nicht um meine Liebe zu Jesus. Es geht um seine Liebe zu mir. Und seine Liebe zu mir lässt mich aufatmen, gerade auch in den Nöten des Lebens. Jesus liebt dich. Was für eine herrliche Medizin. Was für eine herrliche Erquickung in der Krankheitsnot. Noch eins lernen wir von Maria und Martha. Sie gingen direkt zur Quelle der Hilfe. Sie jammerten nicht lange, sondern wandten sich sofort an den, der ihrer Not begegnen konnte. Wenn du Not hast, dann gehe direkt zum Herrn. Tun wir das? Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den größten Nöten, die uns getroffen haben. Als das Volk Israel in der Wüste gemurrt hat, ging Mose zum Herrn und schrie zu ihm. Als Johannes der Täufer enthauptet wurde, gingen seine Jünger zu Jesus und sagten es ihm. Als Lazarus krank war, gingen seine Schwestern zu Jesus und sagten es ihm. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Er kennt deine Schwachheit, er hat deine Krankheit getragen, er weiß genau, wie du dich fühlst, er kennt deine Tränen und die Bibel sagt uns, dass alle unsere Tränen gesammelt werden in den himmlischen Krügen. Er ist ein guter, hoher Priester, er weiß genau, wie es dir geht, darum gehe zu ihm. Deine Not ist nicht ein Zeichen dafür, dass Gott aufgehört hätte, dich zu lieben. Dein Leid ist vielmehr Ausdruck seiner Liebe zu dir, denn Not und Bedrängnis machen uns demütig und klein. Manch ein Mensch der dies niemals erlebt hat, rühmt sich seiner eigenen Kraft. Die Bibel aber sagt, den, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er erzieht jeden Sohn, den er annimmt. Hebräer Kapitel 12, Vers 6. Der Psalmist verstand, dass die Demütigung ein Mittel der Gnade ist. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Psalm 119, Vers 67 oder auch Vers 71 Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Maria und Martha können es wohl nicht ganz einordnen, warum Lazarus sterbenskrank ist. Denn auch sie haben diese heimliche Erwartung, dass Jesus kommt und ihn heilen kann. Denn wenn Jesus Lazarus liebt, kann er ihn nicht seiner Krankheit überlassen. Ihr Gedankengang sieht so aus. Lazarus ist krank, der Herr liebt Lazarus, der Herr hat die Macht, Lazarus zu heilen, folglich müsse der Herr ihn heilen. Und weil die Schwestern das denken, deuten sie die Aussage des Herrn von Vers 4 entsprechend. Der Herr werde sich verherrlichen, indem er Lazarus heilt. Denn Jesus macht deutlich, diese Krankheit ist zur Verherrlichung Gottes. Diese Worte hatte Jesus schon einmal im Johannesevangelium gesagt, nämlich in Kapitel 9, wo es um den Blindgeborenen ging und die Jünger sich fragten, ob er oder seine Eltern gesündigt haben. Jesus machte dort klar, keiner von beiden hat gesündigt. Es sollten die Werke Gottes offenbar werden. Genau so soll auch jetzt die Herrlichkeit Gottes in Lazarus deutlich werden. Jesus muss diese Worte an den Überbringer der Botschaft von den Schwestern des Lazarus gerichtet haben. Er sollte den Schwestern diese Nachricht bringen, es wird um die Verherrlichung Gottes gehen. Wie werden die Schwestern also diese Nachricht aufgefasst haben? Die Schwestern deuten die Worte so, dass Lazarus gesund wird. Das aber hatte der Herr gar nicht gesagt. Er hatte nur gesagt, die Krankheit sei nicht zum Tod. Der Tod würde zwar eintreten, aber nicht das Ende bedeuten, sondern lediglich der Weg zur Auferstehung sein. Aber genau so hatten die Schwestern die Worte von Jesus nicht gedeutet. Wie oft geht es uns als Kindern Gottes wie Martha und Maria? Wir deuten eine Verheißung des Herrn so, wie wir sie zu verstehen vermögen oder verstehen wollen, und dann sind wir ratlos und niedergeschlagen, wenn sich unsere Erwartung nicht erfüllt. Jesus ging gar nicht sofort nach Bethanien. Er zögert. Er kommt später. Er kommt, als der Tod schon eingetroffen war. Da zerplatzten Hoffnungen. Maria und Martha können Jesus nicht verstehen. Kennen wir nicht auch solche Lebenssituationen, wo wir Jesus nicht verstehen? Wo es so scheint, als ob er nicht da sei. Aber wir können wissen, dass Christus manchmal in unserem Leben nicht da zu sein scheint, geschieht um unseret Willen. Damit wir Geduld und Gott vertrauen lernen und anschließend noch größeren Segen erfahren und wir nur erstaunt sind, was Gott alles tun kann. Die Schwestern meinten nachher, dass Jesus viel zu spät kam. Aber als dann Lazarus auferweckt wurde, da mussten sie lernen zu begreifen, Jesus kommt nie zu spät. Er kommt nie zu früh, er kommt nie zu spät, sondern immer im richtigen Moment. Auch das dürfen wir für uns nehmen. Vielleicht meinst du, der Herr ist nicht da, du hast schon lange gebetet, aber keine Erhörung trifft ein. Denke daran, Jesus kommt nicht zu spät. Er kommt auch nicht zu früh. Manchmal sind wir enttäuscht, aber du darfst dir sicher sein, Jesus kommt immer im richtigen Augenblick. Im richtigen Moment wird er da sein und er wird eingreifen und er wird dir helfen. Zum Schluss sehen wir die Auferstehung des Lazarus. Die Auferstehung des Lazarus war ein Zeichen, ein Zeichen für die Jünger, aber auch ein Zeichen für uns heute. In wiefern war die Auferstehung des Lazarus ein Zeichen für die Jünger? Da heißt es ab Vers 14, da sagte er ihnen es frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euret Willen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Jesus war so froh, dass durch dieses Zeichen, das er an Lazarus tat, seine Jünger auf seinen Tod und seine Auferstehung vorbereitet wurden. Für die Jünger war das alles hier eine Vorbereitung auf die Auferstehung ihres Herrn. Sie sollten schon einmal sehen und mitbekommen, dass Auferstehung durch die Kraft Gottes geschieht. Jesus hat die Kraft, einen anderen von den Toten aufzuerwecken. Wie viel mehr hat er die Kraft als Sohn Gottes in sich selbst? Sich selbst aufzuerwecken von den Toten. Wir alle wissen, dass die Auferstehung Jesu ein Werk des Dreieinigen Gottes war. Jesus wurde auferweckt durch die Kraft des Vaters. Jesus wurde auferweckt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus wurde auch durch seine eigene Kraft als Sohn Gottes auferweckt. Hier bekommen die Jünger bereits einen Vorgeschmack. Jesus ist Gott. Er kann Tote auferwecken. Wie viel mehr wird seine eigene Auferstehung stattfinden. Aber die Auferweckung des Lazarus ist auch ein Zeichen für uns heute. Sie ist ein Zeichen dafür, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Dies ist Jesus auch für dich. Er wird auch dich auferwecken. Jeder Tod seiner Kinder bedeutet zugleich die Bestätigung seiner Kraft. Denn wenn wir sterben, werden wir auch mit ihm auferstehen. Er ist die Auferstehung und das Leben. Auch wenn wir in diesem Leben keine kranken Heilung erleben und die Qual und die Schmerzen größer werden, gerade dann gilt es immer das ganze Bild vor Augen zu haben. Was wir hier auf dieser Erde leben ist Vorbereitungszeit. Zwischenstation. Der große Tag der Auferstehung wird kommen. Eine neue Welt und eine neue Erde wird anbrechen, wie Petrus es sagt, in der es keine Not, keine Krankheit, keine Tränen und keine Enttäuschungen mehr geben wird. Darum stelle diese Worte von Jesus Mitten 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 die Not Deines Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir haben einen Gott, der niemals zu spät kommt, sondern alles neu machen wird zur richtigen Zeit. Amen. Amen.